servus leute willkommen zurück auf meinem kanal und bei flight simulator 2020 landeherausforderung wir sind beim starken wind in kanada und windig mit der cessna es wird echt glaube ich ein spaß denn die haltet nicht unbedingt viel wind aus dementsprechend bin ich gespannt ich habe ja schon mit der cessna caravan landungen gehabt das war ja auch die letzte vom letzten video die war auch völlig okay und jetzt muss ich einfach mal schauen wie ich hier mit der guten cessna zurande kommen man sieht schon man muss einmal eine platzrunde fliegen rechts rum und dann ja eigentlich mit der kurve schon landen was interessant ist ich lasse mich einfach mal überraschen so und hier sind wir auch schon wind kommt ich finde es sehr interessant ich werde ich hier mal außen ansicht sieht man auch schon wie ich hier gegensteuer und eigentlich trotzdem rüber gedrückt wird geht das ist wirklich schwierig insbesondere ich muss halt hier immer noch kurve rein fliegen ich habe ein hänger okay Boah, okay Ne, das schaffe ich nicht Boah, ich versuche trotzdem zu landen Boah, okay Leute, lasst uns das nochmal versuchen Das ist ja krass, Mann Das ist ja krass Ich, boah Muss ich sagen, da tue ich mir schwer Ich kriege nämlich mein Flugzeug Nicht rein und der drückt mich so raus Boah Also ich versuche ganz tief rein zu kommen Meine Klappen Sind nicht komplett draußen Macht mal bei starkem Wind Eigentlich auch nicht Ich denke, eins hätte ich schon noch machen können Um einfach Langsamer reinkommen zu können Also so zu landen Ist nicht normal Da drüben ist dann Die landebar an sich Und dann drüben ist dann Und dann drüben ist dann auf die drüben ist dann Und dann drüben ist dann Das ist ja krass Hä, wo ist denn die Landemarkierung? Okay Okay, so Ich habe keine Ahnung, ob das passt hat Was ist das für ein Flughafen, Leute? 104.000, ich habe keine Ahnung, wo die Markierung war Aber okay, ich bin gelandet, ich check nicht, wo die Markierung war Vielleicht habe ich sie auch einfach gerade übersehen Das war interessant Okay, 16 Knoten von 231 Grad Das sollte aber eigentlich an sich noch machbar sein Eine Theorie Man lädt hier ein bisschen mehr Sie muss ehrlich sagen, mit so einer kleinen Maschine bei viel Wind zu landen Ist schon echt nicht ohne Okay, ich sehe die Landebahn vorne Ja, genau Da ist sie Ein bisschen Geschwindigkeit raus und sinkt Okay, Farbeck ist draußen Ich gehe mal mit den Klappen voll raus Ein bisschen mehr Schub Ich denke mal langsam ein, aber nicht zu stark Weil der Wind wird mich so, dass du dann rüber drücken Aber sie schüttelt es Aber sie schüttelt es Okay Ich glaube so vom Gefühl Bin ich schon relativ gut ausgerichtet Ein bisschen weit rechts vielleicht noch Dieser Wind Ähm, ich habe Freeze Mein Gott Seit dem Update habe ich ein bisschen Probleme Mit Freeze So Gut, wir halten Präzision war ganz okay Bodenrollen war schlecht Weil ich es mir halt Weil ich natürlich Das habe ich noch nicht so drauf Vielleicht kann mir da auch jemand Tipps geben Natürlich Ich habe einen Querruder Jetzt keine Pedale Aber ich habe es halt über meinen Joystick Wenn ich natürlich nicht perfekt gerade aufkomme Dann rolle ich erstmal die ersten paar Meter In die andere Richtung Und ich weiß, wie es die Profis machen Aber, naja Queenstown Ich weiß halt nicht, wie es mit dem Simulator so easy zu machen ist Theoretisch, die Profis nehmen halt das Seitenruder richtig gut mit Das ist natürlich auch sehr viel Übung Und damit, sobald die hinten aufsetzen Mit ihren Hinterrädern Drehen die mit dem Seitenleitwerk So, dass man direkt gerade mit dem vorderen Reifen aufkommt Was ich aber halt einfach nur nicht zu beherrsche Ich muss dann mit 113 Knoten einfliegen Das ist unsere Anflugsgeschwindigkeit Okay Wo sind Da hinten ist die Landebahn, okay Stehe Das sieht so super aus Wie ist das Flugzeug einfach hin und her, dingst So Bin noch viel zu schnell Gehen wir mal ein bisschen runter Ich meine Anflugsgeschwindigkeit sind 113 Klappen raus, damit ich langsamer werde und stabiler in der Luft Mal schauen, ob das mir so gelingt, wie ich mir das vorstelle Okay Ich schaue gerade nur die meine Tasten Gut Jetzt kann ich mal wieder ein bisschen auf Okay, ich bin ein bisschen zu tief Dachte die Bahn ist näher Oh, komm, dreh Ja, ich bin zu tief Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen Okay, wir nähern uns an Ein weißes Lämpchen ist jetzt an Die Papala jetzt Zweites Lämpchen, jetzt muss ich Boah, ist das schwierig Boah, ist das schwierig Okay, ich bin zu hoch Ah ja Das ist auch nicht normal Warum drückt es mich jetzt nur nach oben ein Boah, jetzt hat es mich nochmal richtig hoch drückt Aber die Landung selbst war zumindest relativ okay Ich glaube, Reibungslosigkeit war Ja Reibungslosigkeit war relativ gut Der Rest ein bisschen schlecht Ein bisschen nahe schlecht Aber gut, Leute Das wird dann auch was Das werde ich auf jeden Fall dann On Normal mal spielen Weil ich auch sage Das kann man nicht einfach so aus dem Steg greifen Ich meine, ich spiele zwar Flugzimmern Aber auch mit Windlanden Selbst für die Auch das gebildete Piloten Nicht unbedingt das easyste Nächste Landehersteller Sedona mit der Cessna Skyhawk natürlich Ich glaube auch Das bekannteste Flugzeug der Welt Neben der Boeing 737-747 Okay Ich wieder mit 20 Knoten Hey, das ist bei der Cessna Die war ja Die hat ja kein Gewicht Die drückt es weg Ohne Ende Und dann auch nur in der Höhe Da wundern mich aber dann die 20 Knoten An Windgeschwindigkeit Weil auf der Höhe Hast ja gerade die Winde und die Böen So, los geht Okay Und dann habe ich mal 10 Knoten Datemi Sie mein wunderschöne landschaft aber zum landen gerade eben nicht unbedingt das schönste mein gott wie schaut das von außen aus das ist halt nicht witzig ich lasse jetzt meine klappen auf 1 weil dieser wind drückt sowieso wie die hölle ich glaube ich komme ohne wind ohne klappen also mit höherer stufe zu hoch rein ich drücke es runter und zwar ohne ende sag mal immer kurz vom flughafen habe seit dem neuen update freezes meine güte naja es war in ordnung es war in ordnung ich bin 216 unter dem 16.000 16.000 16 aber es war zumindest ausgeglichen normal so und das war es jetzt eigentlich schon mit dem mit den herausforderungen die wir haben aber wir haben momentan und das immer zurück weil ich nehme das hier gerade eigentlich an halloween auf und da gibt es eine lande herausforderungen extra für halloween die möchte ich natürlich nicht vorenthalten und zwar ist das halloween aktuelle spotlight event lande herausforderungen oh ja super der text von aviation cessna 152 ich lasse mich überraschen das ist wohl ein normal eine normale lande herausforderungen aber ich glaube man sieht den flughafen extrem schlecht das ist das wetter schaut geil aus so das sieht sehr gut aus so ok moment oh gewitter wo ist der flughafen dort hinten möchte mal wieder mit auslandssicht landen ah da hinten ist er was sind denn diese geräusche läuft geil ich meine das hat schon was ich schaue mich mal ein bisschen um ich schaue mich mal das wetter an krass da hinten ist der flughafen was heißt flughafen nur die landebahn hier weiß ich schon mal sehen mein höhenmeister funktioniert hier nicht ich weiß oh meine ganzen geräte funktionieren nicht man sieht man mein mein fluglageanzeiger das blau orange schnell ja also das hier das funktioniert nicht mehr mein höhenmesser geht nicht mehr oder der geht auch nicht mehr als es funktioniert nur noch geschwindigkeit sonst ist alles im das heißt sie kann halt nur auf sicht landen so 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 näher noch mal bissel geradeaus zurichten Ich meine, das Wetter schaut schon arg geil aus. Schaut schon super aus. Ich nehme das Gas raus, um einfach ein bisschen in Höhe zu verlieren. Das sind Kürbisse, ist ja süß. Das ist ja geil gemacht. Das ist ja wirklich gut gemacht. Mit Kürbissen. Ach, genial. 871.000 aus der Außenansicht. Reibungslosigkeit war jetzt nicht so super, aber... Ach, das ist doch ein geiles Gadget. Einfach so nebenbei als Update mit rein, weil es jetzt zur Halloween ist. Und genau mit diesen Bildern verabschiede ich mich auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ich werde auf jeden Fall nochmal ein Video rausbringen, was Landeherausforderungen angeht. Und zwar mit den Updates, wie ich es vielleicht bei manchen besser machen kann. Lasst auch gerne mal Kommentare da, wie ihr so abgeschnitten habt. Aber bis dahin auf jeden Fall noch eine schöne Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Raid. Bis dann. Servus. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.